Vielen Dank für die Einladung, heute hier die Festrede halten zu dürfen. Es ist mir wirklich eine Ehre. Und ich möchte auch gleich einsteigen, wenn ich heute hier über Reform und Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks spreche, dann werde ich das oder möchte ich das in der laufenden Debatte auf eine unerhörte Art und Weise tun. Ich möchte nämlich Optimismus wagen. Ich werde die These vertreten, dass die besten Zeiten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks noch vor uns liegen. Aber zunächst einmal zum Grundsätzlichen. Warum finanzieren wir als Gesellschaft überhaupt öffentlich-rechtliche Medien? Warum müssen auch all jene von Ihnen, die nie ARD oder ZDF oder ORF schauen, trotzdem dafür bezahlen, auch wenn sie das vielleicht gar nicht wollen? Und zunächst einmal, finde ich, sollten wir uns vergegenwärtigen, dass wir in hochgradig arbeitsteiligen Gesellschaften leben und dabei, ob wir wollen oder nicht, immer auch Medien finanzieren, die wir nicht nutzen, die wir vielleicht sogar verabscheuen. Also auch der, wer so wie ich, niemals RTL 2 schaut, aber so wie ich seinen Eltern, einen Nintendo, ah, seinen Eltern, seinen Kindern, auch den Eltern, auch den Eltern, das war ein falscher Versprecher, aber vor allem den Kindern einen Nintendo Switch kauft, der finanziert damit diesen Trash-TV-Sender mit, ob er will oder nicht, einfach weil Nintendo wie verrückt Werbung schaltet im Kinderprogramm dieses Senders. Öffentlich-rechtliche Medien unterscheiden sich nun von primär werbefinanzierten Medien, vor allem deshalb, weil sie einer anderen, primär einem demokratischen Auftrag folgenden Logik verpflichtet sind. Das bedeutet nicht, und das möchte ich vorweg schicken, dass öffentlich-rechtliche Medien deshalb automatisch besser, gehaltvoller oder seriöser als private Medien sind. Natürlich könnten Traumschiff und Fernsehgarten auch bei Sat.1 laufen, wobei dann auch wieder nicht, weil ein sehr großer Teil des Publikums dieser beiden Sendungen außerhalb der werberelevanten Zielgruppe von 19 bis 49 ist und deshalb dann vielleicht doch nicht bei Sat.1 stattfinden würde. Öffentlich-rechtliche Medien kümmern sich aber nicht nur um die werberelevanten, sondern dem demokratischen Auftrag entsprechend um alle Zielgruppen. Und in dem Ausmaß, in dem sie einer anderen Logik folgen, das tun sie auch nicht in jeder Hinsicht, und damit auch relevante Reichweiten erzielen, in dem Maße leisten sie auch zumindest potenziell einen Beitrag zu einer vielfältigeren demokratischen Öffentlichkeit, von der auch dann jene profitieren, die sie gar nicht anschauen oder die sie nicht anschauen wollen würden oder sehr selektiv nutzen. Ich habe den Begriff Logiken verwendet. Warum? Weil der sehr schön wissenschaftlich neutral klingt. Aber was natürlich mit Logiken gemeint ist, sind eigentlich Abhängigkeiten. Denn auch wenn auf vielen Zeitungen FET auf der Titelseite drauf unabhängig steht, dann gibt es am Ende des Tages keine unabhängigen Medien. Es gibt nur unterschiedliche Abhängigkeiten. Die einen sind abhängig von ihren Abonnentinnen und Abonnenten, die anderen sind abhängig von ihren Werbekundinnen und Werbekunden, wieder andere von ihren Spenderinnen und Spendern, wieder andere von ihren Mäzenen und wieder andere von politisch festgelegten Rundfunkbeiträgen. Jede Form von Abhängigkeit hat Folgen für die Ausrichtung eines Mediums. Und jede Form von Abhängigkeit kann auch zu Problemen führen. Also bleiben wir beim Beispiel der von Mäzenen finanzierten Medien. Da gibt es einerseits demokratiefördernde Investigativplattformen wie ProPublica, die von reichen Mäzenen ins Leben gerufen wurden. Es gibt aber, ich komme aus Österreich, auch demokratiegefährdende Schwurbelsender wie Servus TV, das ist immerhin der Privat-TV-Marktführe in Österreich, den der inzwischen verstorbene Red Bull-Milliardär Dietrich Matteschitz gegründet hat. Und das möchte ich gerade hier bei der IG Metall der Otto Brenner Stiftung nicht unerwähnt lassen. Und der diesen Sender auch mal kurz für zwei Tage dicht gemacht hat, weil sich einzelne der 200-köpfigen Belegschaft erdreistet hat, eine Betriebsrat gründen zu wollen. Einen solchen Betriebsrat gibt es bis heute dort nicht. Wenn es aber keine völlig unabhängigen Medien gibt, dann haben wir es im Idealfall mit einer Medienlandschaft zu tun, in der nicht einzelne Abhängigkeiten dominieren, sondern in der unterschiedliche Abhängigkeiten sich wechselseitig kontrollieren. Und das, und damit komme ich zu eigentlich meinem Kernthema, das ich sechs Jahre als Vertreter des Internets, das steht so im ZDF-Staatsvertrag, im ZDF-Fernsehrat versucht habe zu verfolgen und auch jetzt als vom Fernsehrat gewähltes Mitglied des ZDF-Verwaltungsrats weiterverfolge, nämlich zum Thema von öffentlich-rechtlichen Medien im Zeitalter digitaler Plattformen. Denn diese Frage oder dieses Problem, dass wir als Gesellschaft, als demokratische Öffentlichkeit darunter leiden, wenn es nur eine Form von Abhängigkeit und keine wechselseitig sich kontrollierenden Abhängigkeiten gibt, das gilt im Zeitalter digitaler Plattform Monokultur noch viel mehr. Und zwar, ich würde sagen, heute muss man das gar nicht mehr so ausführlich erklären, wie vielleicht noch vor ein bisschen mehr als einem Jahr, als der damals reichste Mann der Welt eine Plattform, die für den öffentlich-rechtlichen Diskurs, nicht wegen der allgemeinen Reichweite, aber weil vor allem die politischen und journalistischen Meinungsführerinnen und Meinungsführer sich dort getummelt haben, die Rede ist natürlich von Twitter jetzt X, übernommen hat und damit vor Augen geführt hat, welche Abhängigkeit, wenn es ausschließlich private Plattformen gibt, hier besteht. Denn eins muss man sagen, bei aller berechtigter Kritik an öffentlich-rechtlichen Medien, zumindest kann nicht morgen irgendein reicher Dude um die Ecke kommen, sie aufkaufen, mehr als die Hälfte der Belegschaft rausschmeißen und Neonazis zu Kolumnistinnen machen. Das ist ausgeschlossen. Aber auch abseits dieses besonders eindrücklichen Falls von Twitter haben wir es online mit einer Monokultur zu tun. Egal ob Facebook, TikTok, Instagram oder eben der Plattform formerly known as Twitter, alle diese Plattformen sind in privater Hand, sie sind werbefinanziert, sie sind überwachungskapitalistisch und sie sind gesteuert von Algorithmen, die sogenanntes Engagement belohnen. Was ist Engagement? Engagement sind Klicks, sind Shares, ist die Zahl der Kommentare und das wird mit Reichweite belohnt. Dass dieses Engagement vor allem durch Beiträge erzielt wird, die polarisieren, die zuspitzen, die emotionalisieren und nicht notwendigerweise durch differenziertes Betrachten von Sachverhalten in ausgewogener Art und Weise, das nehmen diese profitorientierten, werbefinanzierten Plattformbetreiber in Kauf nicht. Ich unterstelle Ihnen nicht, dass Ihnen an der Zuspitzung gesellschaftlicher Konflikte gelegen ist, aber einfach, weil es rechnet. Profit und werbefinanziert, profitorientiert und werbefinanziert eben. Spätestens an diesem Punkt wird dann auch deutlich, warum öffentlich-rechtliche Medien im Zeitalter digitaler Plattformöffentlichkeit wichtiger denn je sind. Dringender denn je brauchen wir Alternativen, brauchen wir Ausweichrouten zu diesen großen, profitgetriebenen, werbefinanzierten, überwachungskapitalistischen Online-Plattformen. Wir brauchen digital-öffentliche Räume, die primär einem demokratischen Auftrag verpflichtet sind. Nicht, weil die notwendigerweise besser sind, aber weil wir zusammen von einer demokratischeren und vielfältigeren Digitalöffentlichkeit profitieren, wenn es neben den profitorientierten auch anderes, einem demokratischen Auftrag verpflichtete, öffentliche Räume haben. Und auch das ein wesentlicher struktureller Unterschied von öffentlich-rechtlichen Medien zu privaten Plattformbetreibern. Öffentlich-rechtliche Medien sind schon strukturell auf Kompromiss und Konsens ausgerichtet. Nehmen wir das Beispiel des ZDF, das mir besonders nahe ist. Nicht nur der Intendant, auch acht von zwölf Mitgliedern des Verwaltungsrates sind dort mit drei Fünftelmehrheit, also über weltanschauliche Lager hinweg vom Fernsehrat gewählt. Und da reden wir noch nicht von den gesetzlichen Grundlagen von ZDF und ARD, die, wie Sie alle wissen, Rundfunkgesetzgeber in Deutschland sind die Länder, eine Einstimmigkeit von 16 Ländern benötigen. Ich würde sagen, mehr Gegenmodell zu privaten Plattformen, wo jene, die am lautesten und am emotionalsten und am radikalsten rumbrüllen, ist eigentlich, wo die am meisten Gehör finden, ist eigentlich kaum denkbar. Damit aber die Öffentlich-Rechtlichen diesen dringenden Bedarf nach gemeinnützigen Alternativen zu den großen kommerziellen Plattformen auch bedienen können, müssen sie sich und müssen sie auch ihre Rolle und ihr Rollenverständnis ändern. Öffentlich-Rechtliche müssen selbst zu Plattformbetreibern werden, sie müssen sich und ihre Kommunikationsinfrastruktur vor allem dem Publikum, aber auch anderen gemeinnützigen und in bestimmten Bereichen vielleicht auch kommerziellen Medien öffnen. Mit meinem Kollegen, dem Techniksoziologen Jan-Hendrik Passort, habe ich vor allem drei Bereiche identifiziert, in denen öffentlich-rechtliche Medien mehr Offenheit brauchen. Sie brauchen erstens eine Öffnung ihrer Infrastruktur, ihrer Softwareinfrastruktur im Digitalen hin zu gemeinsamer und transparenter Entwicklung auf Basis von offener Software, offenen Standards und offenen Protokollen. Das hört sich jetzt technisch an. Ich glaube aber, dass die Bedeutung nicht unterschätzt werden kann, denn konsequent umgesetzt würde das automatisch dazu führen, dass es zu einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit kommt, ohne dass man sich vorher auf jedes Detail, auf jedes Feature, auf jede Strategie einigen muss. Es wäre quasi eine Form von unilateraler Europäisierung, indem wir auf diese Öffnung der Infrastruktur setzen. Das Zweite wäre eine Öffnung für die Interaktion mit dem Publikum und für gesellschaftliche Teilhabe. Wenn ich heute mit anderen Zuschauerinnen und Zuschauern über die letzte Folge von Jan Böhmermanns Neomagazin, AZF-Magazin Royale diskutieren möchte, dann muss ich hoffen, dass ich einen Ausschnitt dieser Sendung bei YouTube finde und dort kann ich dann mich mit Leuten darüber unterhalten. Ich finde, es ist absurd, dass wir Menschen, die sich über öffentlich-rechtliche Inhalte auseinandersetzen wollen, dazu zwingen, diese Inhalte auf kommerziellen Plattformen zu suchen, um dann dort darüber zu diskutieren. Ich glaube, dass dieser Umstand auch in einem eklatanten Widerspruch zum demokratischen Auftrag oder zum Auftrag, auch zum gesetzlichen Auftrag der öffentlich-rechtlichen Medien steht, der fordert, dass sie einen Beitrag zu demokratischer Meinungsbildung leisten müssen. Drittens braucht es eine Öffnung der Mediatheken für nutzergenerierte Inhalte und andere gemeinnützige Medienangebote, von Universitäten über Museen bis hin zu Blogs, Podcasts und wir haben in Deutschland ja auch die Diskussion über gemeinnützigen Non-Profit-Journalismus. All diesen Anbietern sollten die öffentlich-rechtlichen Mediatheken eine Bühne bieten und so ein öffentlich-rechtliches Ökosystem ganz allgemein stärken helfen. Gut. Ich glaube, spätestens an diesem Punkt höre ich schon einzelne im Publikum raunen oder zumindest laut nachdenken, wie man nur so naiv sein kann zu glauben, dass nationale öffentlich-rechtliche Medien auch nur den Hauch einer Chance gegen die dominanten großen globalen Plattformen haben könnten. Und ist, wie von mir skizziert, so ein öffentlich-rechtliches Gegenmodell, auch in den Worten des von mir wirklich sehr geschätzten Digitalverstehers Sascha Lobo nicht einfach, grotesker Airbus-Quatsch. Ist das nicht grotesker Airbus-Quatsch, was ich hier gerade skizziert habe? Und ich muss sagen, nein, es ist ja ein Vortrag, der soll optimistisch in die Zukunft blicken, aber deshalb noch lange nicht utopistisch. Ich habe gesagt optimistisch, nicht utopistisch. Es hat schon einen Grund, warum auch Internetversteher wie Sascha Lobo sich schwer tun zu sehen, warum die öffentlich-rechtlichen Medien besser für die digitale Zukunft aufgestellt sind, als es ihr Image von drögen, bürokratischen Anstalten, ich meine, wir nennen sie Anstalten, vermuten diese und zwar nicht nur, weil wir bei den öffentlich-rechtlichen zum Internet immer noch Telemedien sagen. Denn während der Aufstieg der digitalen Plattform-Giganten größtenteils Mark Zuckerbergs Devise des Move fast and break things irgendwie folgt, ist das bei den öffentlich-rechtlichen doch was anderes. Das Motto könnte man da eher beschreiben als Move slow and build things. Also gewachsen wird hier eher linear als exponentiell und das hat natürlich weniger Wumms, schon gar kein Doppelwumms und kommt unspektakulär daher. Am Ende ist so ein Ansatz aber wahrscheinlich nachhaltiger und ganz sicher demokratischer als Move fast and break things. Aber machen wir es konkret. Am 1. Mai 2019, das war ein historisches Datum in der Geschichte der öffentlich-rechtlichen Online-Angebote in Deutschland. Warum? Die meisten von Ihnen werden nicht wissen, was am 1. Mai 2019 passiert ist. Da trat der 22. Rundfunkänderungsstaatsvertrag nach Ratifizierung in 16 Landesparlamenten in Kraft. Bis zu diesem Datum, bis zum 30. April 2019, war es den öffentlich-rechtlichen Online-Angeboten, vor allem den Mediatheken verboten, jenseits von Sendungsbezug zu verlinken. Es gab ein Verlinkungsverbot im Internet. Seit damals, das ist jetzt gut fünf Jahre her, ungefähr zur selben Zeit, hat der damalige ARD-Vorsitzende und BR-Intendant Ulrich Wilhelm von einer Super-Mediathek, bestenfalls europäisch, vielleicht sogar mit Privaten, visioniert. Wo stehen wir heute? Fünf Jahre, nachdem dieses Verlinkungsverbot gefallen ist. Also nicht nur wurden in diesen fünf Jahren diese diversen, damals gab es noch über zehn Mediatheken, die selbstständig entwickelt wurden, alleine in der ARD, die wurden zusammengeführt. Nicht nur das, man hat sie auf basisoffener Standards auch mit der ZDF-Mediathek verschränkt. Im Ergebnis kann ich heute in der ARD-Mediathek die aktuelle Folge der Heute-Show mit Oliver Welke schauen. Ich kann aber auch in der ZDF-Mediathek, wenn es mir Spaß macht, den aktuellen Tatort schauen. Ja, wer das noch nicht weiß, ja, das geht. Auch die Empfehlungsbänder sind über die Mediatheken hinweg verschränkt. Eine Integration von ORF und SRG und SRF ist angedacht. Also ich würde sagen, bis zu einem gewissen Grad ist das schon etwas, was man eine super Mediathek auch sogar latent europäisch nennen könnte. Und noch dazu ist sie bis zu einem gewissen Grad dezentral ein Feature, das Wilhelm gar nicht am Schirm hatte. Noch weniger weit gediehen ist die Öffnung der Mediatheken für das Publikum sowie andere gemeinnützige Inhalteproduzenten. Also noch immer ist es beißende Ironie, wenn Jan Böhmermann die Zuschauerinnen und Zuschauer, wie zuletzt in der Folge vom 10. November dazu auffordert, sie mögen doch Vorschläge als Kommentare in der ZDF-Mediathek hinterlassen, weil das immer noch nicht möglich ist. Die müssen dazu immer noch auf YouTube. Aber noch immer ist es so, dass auch, dass die Zuschauerinnen quasi hier nicht ohne weiteres irgendwas hochladen können in eine öffentlich-rechtliche Mediathek, wir haben auch nicht die Voraussetzungen nicht nur technischer Natur, sondern auch, was die Moderationskapazitäten betrifft, nicht. Aber auch hier tut sich was. Zunächst ist es so, dass die Grundvoraussetzungen dafür, öffentlich-rechtliche Mediatheken social zu machen, also zur Plattform weiterzuentwickeln, dass die Grundvoraussetzungen dafür bereits geschaffen wurden. Länger als noch eine gemeinsame Suche über Mediatheken hinweg gibt es bereits ein gemeinsames Login. Und dieses Login wird auch genutzt. Warum? Weil es mit Features verbunden ist. Serien wie zum Beispiel oder Filme wie das Parfum sind erst ab 16, dürfen also im linearen Programm erst am Hauptabendprogramm oder später ausgestrahlt werden. In der Mediathek sind sie deshalb auch nicht frei zugänglich, weil das einzige Medium in Deutschland, das sich an Jugendschutz hält, sind die Öffentlich-Rechtlichen. Aber wer eingeloggt ist in der Mediathek, der kann es rund um die Uhr schauen und wenn er lustig ist oder sie lustig ist, auch am Handy, am Heimweg beginnen und zu Hause nahtlos aufs Tablet wechseln. Es sind also Features, die mit diesem Login verbunden sind, die dazu führen, dass heute bereits Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauern sich in der ZDF-Mediathek einloggen, das nutzen und deshalb über ein Profil in der Mediathek verfügen. Also wir haben bereits Millionen von Nutzerinnen und Nutzerprofilen. Wir würden nicht bei Null anfangen und dieses Profil schrittweise mit neuen Features auszustatten, also wie zum Beispiel einer Kommentarfunktion, wie zum Beispiel Playlisten, wie wir es von Spotify kennen, zu erstellen und zu teilen, vielleicht irgendwann auch mit einer Upload-Funktion. Das wäre irgendwie jetzt keine Revolution, sondern das wären die logischen nächsten Schritte auf Basis von dem, was jetzt bereits da ist, was jetzt bereits existiert. Mehr noch, das ZDF hat letztes Jahr ein wegweisendes Forschungs- und Entwicklungsprojekt namens Public Spaces Incubator gestartet und Forschungs- und Entwicklungsprojekt heißt eben nicht irgendwie einen Arbeitskreis, sondern es wurde ein Dienstleister beauftragt, gemeinsam mit drei anderen öffentlich-rechtlichen Sendern aus Kanada, aus Belgien und aus der Schweiz wirklich ins Entwickeln zu gehen, Software zu entwickeln, um die Mediathek für Kommentare zu öffnen und sie in dezentrale soziale Netzwerke, der Begriff, ich muss Ihnen hier zumuten, viele von Ihnen haben es wahrscheinlich noch nie gehört, Fediverse, Federated Universe, vielleicht haben Sie schon mal in der Zeitung von Mastodon gelesen, protokollbasierte Netzwerke, die eben nicht einer Person gehören, sondern die dezentral, aber trotzdem grenzüberschreitend global funktionieren. Und die Idee ist, dass man die Mediatheken in diese dezentralen sozialen Netzwerke einbettet. Und in dem Maße, in dem sich öffentlich-rechtliche Medien auf diese neuen dezentralen sozialen Netzwerkstrukturen einlassen, desto mehr wird auch der vermeintliche Nachteil, der Nachteil, warum viele Leute glauben, die Öffentlich-Rechtlichen, die haben doch nie eine Chance gegen die Global Player. Warum dieser vermeintliche Nachteil einer starken nationalen oder sogar regionalen Verankerung, wie hier in Deutschland, warum der mit so einem dezentralen Vernetzungsansatz auf einmal vom Bug zum Feature wird. Auf einmal ist es dann nämlich so, dass auf diese Weise ein regional verankertes, transnationales Ökosystem öffentlich-rechtlicher und anderer gemeinnütziger Anbieter entstehen könnte, das groß und dynamisch genug ist, um sowas wie öffentlich-rechtliche Netzwerkeffekte zu erzeugen und damit eine echte Alternative zu den globalen Plattformen. Eine echte Alternative brauchen wir nämlich nur dann, wenn sie nicht so zentralistisch werbefinanziert und überwachungskapitalistisch ausgelegt sind, wie eben die real existierenden globalen Plattformen. Gut, wenn das alles stimmt, was ich bisher erzählt habe, also dass die öffentlich-rechtlichen Medien im digitalen Plattform-Zeitalter notwendiger sind denn je und die Entwicklung zwar langsam, aber kontinuierlich in Richtung eines offenen, dezentralen und vernetzten öffentlich-rechtlichen Ökosystems geht, warum ist dann eigentlich die öffentliche Debatte um öffentlich-rechtliche Medien so negativ in ihrer Tonalität? Warum ist es dann eigentlich provokant, und ich würde das schon für mich in Anspruch nehmen, vielleicht einige Leute hier zu triggern, ein rosiges Zukunftsbild öffentlich-rechtlicher Medien zu skizzieren? Meine These ist, dass das nicht nur an Skandalen wie jenem im RBB liegt, an denen es nichts zu beschönigen gibt und die in meiner Meinung nach wirklich sehr nachdrücklich deutlich gemacht haben, dass wir es mit Transparenz- und Compliance-Problemen zu tun hatten, wobei auch da man sagen muss, der vierte Medienänderungsstaatsvertrag ist bereits verhandelt und setzt genau an diesen Punkten an. Nein, ich würde sagen, die negative Stimmung öffentlich-rechtlichen Medien und ihrer Performance im Digitalen gegenüber ist meiner Meinung nach primär auf zwei Ursachen zurückzuführen, die unabhängig voneinander sind zum Teil. Da wäre zunächst die überaus tiefgreifende digitale Transformation der traditionellen privaten, primär werbefinanzierten Medien. Deren Geschäftsmodell wird seit Jahren wirklich in ihren Grundfesten erschüttert, einfach, weil die Werbekunden mit Werbung bei Google und in sozialen Netzwerken treffsicherer, zielgenauer ihre Zielgruppen erreichen als mit klassischen Anzeigen in Print und TV. Und ja, das ist natürlich nicht die Schuld der öffentlich-rechtlichen Medien, dass es zu dieser Entbündelung gekommen ist. Aber ich kann schon verstehen, dass die privaten Medien, die hier wirklich in einem existenziellen Überlebenskampf sich teilweise befinden, dass die jede Einschränkung von öffentlich-rechtlichen Medienangeboten online als eine willkommene Unterstützung in diesem Überlebenskampf sehen. Selbst wenn es bedeutet, anachronistische Spaßkonzepte wie das Verbot von Presseähnlichkeit herbeizulobbieren. Bis zu einem gewissen Grad ist dieser Konflikt auch unauflösbar. In einem Internet voller Inhalte ist die menschliche Aufmerksamkeit die knappste Ressource und natürlich stehen öffentlich-rechtliche und private Medien in einem Wettbewerb um diese Aufmerksamkeit. Gleichzeitig ist aber genau das der Punkt, warum wir öffentlich-rechtliche Medien brauchen. Wir wollen diesen Wettbewerb unterschiedlicher Logiken um die begrenzte Ressource Aufmerksamkeit. Allerdings, und insofern sehe ich das auch nicht als den kritischsten Punkt, sehe ich auch Potenziale für Synergien, gerade wenn man diesen Offenheitskurs fährt, den ich vorher vorgeschlagen habe. Wenn die Mediathek-Software, wie von mir zitiert, open-source-basiert entwickelt wird, dann können sie natürlich auch private nutzen und diesen Code für ihre Zwecke verwenden, vor allem in Bereichen, die ohnehin nicht wettbewerbsdifferenzierend sind. Warum nicht gemeinsam auch Dienste für Authentifizierung oder Streaming entwickeln und betreiben? Also es gäbe durchaus Bereiche, wo auch eine kooperative Beziehung denkbar wäre, ohne den publizistischen Wettbewerb zu gefährden, der sich natürlich auch auf Online-Plattformen abspielt. Und eine gewisse Grundspannung zwischen öffentlichen und privaten Medien, die wird immer bleiben und ich würde sagen, hier in Berlin, und das ist auch gut so. Gar nicht gut, gar nicht gut, ist aber der zweite Punkt, die zweite Ecke, aus der sich öffentlich-rechtliche Medien in den letzten Jahren mit fundamentaler und oft auch schriller Kritik konfrontiert sehen. Jener von rechtspopulistischen bis neofaschistischen Demagogen, die von Österreich über die Schweiz bis Deutschland die Abschuffung von Rundfunkbeiträgen fordern, in Italien gerade eine radikale Kürzung durchgesetzt haben. Ihnen und Ihren Verbündeten geht es nicht darum, öffentlich-rechtliche Medien demokratischer oder qualitätsvoller zu gestalten. Sie haben ein Problem mit der Idee und mit der Struktur von öffentlich-rechtlichen Medien an sich. Eine Idee und Struktur, die gerade in Deutschland und Österreich eine unmittelbare Lektion aus dem propagandistischen Missbrauch von Massenmedien in Faschismus und Nationalsozialismus waren. Insofern ist es auch kein Wunder, dass die geistigen Kinder dieser Ideologien auch heute ein grundsätzliches Problem mit öffentlich-rechtlichen Medien haben. Aber es hat auch einen ganz pragmatischen Grund, warum Rechtsextreme und Neofaschisten öffentlich-rechtliche Medien bekämpfen. Weil während sie sich mit Desinformation und Hetze in öffentlich-rechtlichen Kontexten schwer tun, und ich sage nicht, dass die im Mund dagegen sind, sind sie nicht, das würde ich wirklich nicht behaupten, aber sie tun sich natürlich schwerer als auf den benannten privaten Plattformen, wo Hetze und Zuspitzung und Desinformation teilweise sogar noch mit Likes und Shares und Reichweite belohnt wird. Sie haben kein Interesse an demokratischen Prozessen, sie wollen, und schon gar nicht an demokratischen Kompromissen, im Gegenteil, sie wollen demokratische Prozesse zerstören und Medien wie öffentlich-rechtliche, die von ihrer Struktur her auf Kompromiss gepolt sind, die stehen dem im Weg. Entscheidend, ob diese optimistische Perspektive auf öffentlich-rechtliche Medien das aber auch wirklich Realität werden wird, ich sage nicht, Optimismus heißt nicht, dass das auf jeden Fall passieren wird, ich sage nur, es ist möglich, ich würde sagen, es gibt eine gute Chance, sie zu realisieren, aber entscheidend dafür wird in den nächsten Jahren sein, wie öffentlich-rechtliche Medien auf diese demokratiefeindlichen Tendenzen reagieren. Die größte Gefahr besteht meiner Meinung nach darin, einem Drängen von dieser Kritik aus der rechtsextremen und neofaschistischen Ecke, diesem Drängen, das oft unter dem Label mehr Ausgewogenheit daherkommt, nachzugeben, weil dieses Drängen in Wirklichkeit eine Forderung, was im Englischen so schön, nach false balance entspricht, also nach falscher Ausgewogenheit. Es ist nicht ausgewogen, wenn wir einem Klimaforscher oder einer Klimaforscherin einen Leugner der menschengemachten Erderhitzung entgegenstellen, sondern das ist false balance. Und es ist auch eher ein Problem, wenn wir weniger als eigentlich angemessen über die Klimakrise berichten, weil wir Angst davor haben, dann der Voreingenommenheit oder noch schlimmer, sogar des Aktivismus bezichtigt zu werden. Genau das passiert aber in vielen, nicht nur öffentlich-rechtlichen Redaktionen, also der ehemalige Zeit-Online-Chefredakteur und Medienexperte Wolfgang Blau hat das nach zahlreichen Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen so berichtet, dass die Angst, des Aktivismus bezichtigt zu werden, eine der häufigsten Gründe dafür ist, warum JournalistInnen davor zurückscheuen, häufiger als davor, über die Klimakrise zu berichten. Um diese Auseinandersetzung durchzustehen, braucht es eine Selbstvergewisserung, was öffentlich-rechtlicher Journalismus bedeutet, und eine Selbstreflexion, wie man mit Aktivismusvorwürfen und nichts anderes, die ja nichts anderes sind, als Kritik an einer bestimmten normativen Haltung, wirksam begegnet werden kann. Und das sind Fragen, die treiben mich auch deshalb um, weil sie nicht nur die hier im Raum wahrscheinlich besonders zahlreich vertretenen JournalistInnen betreffen, sondern die betreffen natürlich auch alle, die so wie ich als Wissenschaftlerin und Wissenschaftler in die Öffentlichkeit gehen und dort politisch Position beziehen. Auch mir und auch Kolleginnen und Kollegen von mir, die sich zum Beispiel bei Scientists for Future engagieren, wird regelmäßig vorgeworfen, sie seien ja AktivistInnen und würden quasi mit ihrem politischen Engagement, mit ihrer öffentlichen Positionierung eigentlich sozusagen ihrem Anliegen vielleicht sogar schaden. Mit anderen Worten, im Kampf gegen gezielte Desinformationskampagnen und gegen Aktivismusvorwürfe, gegen Sitzen JournalistInnen und Journalisten, öffentlich-rechtliche JournalistInnen und Journalisten und öffentlich finanzierte WissenschaftlerInnen im selben Boot. Und beide begehen einen Fehler, wenn sie in dieser Situation zurückrudern und leugnen, dass normative Standpunkte in journalistischen und wissenschaftlichen Erkenntnisprozessen immer mit einfließen. Das zu leugnen ist immer falsch und das macht es auch den Feinden des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und einer öffentlich finanzierten Wissenschaft so einfach, dann aufzudecken, dass normative Aspekte eine Rolle gespielt haben bei einer Studie oder bei einem Artikel, weil sie es immer tun. Schon alleine bei der Auswahl des Themas, ein Thema aus der unendlichen Zahl an Themen, über die ich berichten kann, ein einziges auszuwählen, diese Frage ist schon so normativ, ja so politisch und da hören aber die normativen Fragen nicht auf. Gleiches gilt die Frage, welchen Schwerpunkt ich setze, wen ich befrage, wen ich zitiere, was ich weglasse. Alles das sind normativ-politische Fragen und ich kann diese Normativität dieser Beantwortung dieser Fragen nicht vermeiden. Und das ist auch der Grund, warum schon Max Weber 1904 in seinem Aufsatz mit dem Titel Die Objektivität sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis den zentralen Begriff der Objektivität unter Anführungszeichen gesetzt hat. Wenn aber an normativen Entscheidungen kein Weg vorbei führt, in Wissenschaft wie in Journalismus, wie könnte dann eine Antwort darauf aussehen? Und dafür möchte ich jetzt zum Abschluss meines Vortrags den Blick auf eine weitere bislang unerwähnte Digitalplattform richten. Eine Plattform, die in der medialen Debatte über digitale Öffentlichkeit kaum je Erwähnung findet. Auch in den öffentlich-rechtlichen Kontexten, wenn es um die Präsenz öffentlich-rechtlicher Inhalte auf sogenannten Drittplattformen geht, kommt die nie vor, egal wie lang die Aufzählung ist. Eine Plattform, die auch in ihrer Bedeutung für den Zugang zum Weltwissen und damit unser Weltverstehen nicht überschätzt werden kann. Und zwar nicht nur, weil sie selbst die einzige nicht-kommerzielle Webseite unter den 100 meistbesuchten Webseiten im Netz ist, sondern weil die mit Abstand meistbesuchte Webseite im Internet, Google, bei ihren Suchmaschinen ganz massiv auf diese Plattform zurückgreift und teilweise Fragen direkt mit Wissen aus dieser Plattform beantwortet. Inzwischen wissen es, glaube ich, alle, wovon ich spreche. Ich spreche von der Wikipedia und die Bedeutung der Wikipedia fürs Weltwissen, die wird auch dann noch, wenn Google durch Chat-GPT abgelöst sein wird, groß bleiben, weil auch die neuesten KI-Modelle ganz maßgeblich, wenn sie nicht einfach nur irgendwas daherhalluzionieren, auf Wikipedia-Wissen basieren, mit Wikipedia-Wissen trainiert werden. Wenn wir uns aber anschauen, wie es um die Glaubwürdigkeit und Robustheit des Wikipedia-Wissens bestellt ist, dann zeigt sich, dass gerade in dynamischen und politisch besonders kontroversen Themenfeldern, also von der Covid-Pandemie über den russischen Überfall auf die Ukraine bis zur Klimakrise, dass es gerade in diesen Themenfeldern die Wikipedia ausgesprochen akkurate, aktuelle und differenzierte Informationen liefert. Und das ist mit Verlaub eigentlich ein Treppenwitz der Internetgeschichte. Wenn wir uns hier anschauen, die Wikipedia wurde gegründet 2001 und in den ersten zehn Jahren gab es eigentlich rund um die Wikipedia nur eine Frage. Kann ich das glauben, was da drin steht? Da kann ja jeder alles Mögliche reinschreiben. Ich meine, heute hat sich die Frage geändert. Die meiste Frage, die ich als Wikipedia-Forscher auch bekomme, ist, ich hätte so gerne was in der Wikipedia, aber es wird sofort gelöscht. Also heute ist eher die Frage, wie kriege ich in die Wikipedia was rein, aber das ist nicht der Punkt, den ich hier machen will, sondern es hat schon einen Grund, warum gerade die Wikipedia heute so robust ist, was ihr Wissen betrifft, obwohl sie so radikal offen ist, obwohl sie quasi mit ihrer radikalen Offenheit natürlich zu Manipulationsversuchen einlädt, aber eben dadurch, dass jede einzelne Änderung niedergeschrieben, festgehalten, dauerhaft nachvollziehbar gehalten wird, lassen sich solche Manipulationsversuche auch besser nachvollziehen, besser aufdecken. Und man ist eben radikal transparent eben auch, was die eigenen Schwächen und die eigenen Fehler betrifft. Ja, ich schaue hier auch auf die lieblose, nicht mal verlinkbare Liste mit Fehlern des ZDF, die irgendwo in der Mediathek versteckt ist, in Wikipedia werden die durchaus prominent gefeatured. Da gibt es einen ausführlichen Artikel über systemischen Bias in der Wikipedia, weil zu wenig Frauen mitschreiben und das Weltwissen immer noch sehr stark männlich geprägt ist. Es gibt eine ausführliche Liste mit allen Fehlern und Manipulationsversuchen der Geschichte der Wikipedia. Also ein Grund für die Robustheit des Wikipedia-Wissens ist radikale Offenheit und Transparenz. Ein zweiter Grund für die Robustheit des Wikipedia-Wissens, gerade auch in politisch kontroversen Themensträngen ist, dass die Wikipedia zum Kompromiss zwingt. Und zwar hier wieder in radikalem Gegensatz zu allen großen Plattformen. Ich habe es schon mehrfach erwähnt, aber ich möchte den Kontrast nochmal deutlich machen. In kommerziellen Plattformen wie YouTube, Instagram, TikTok, alle sind gleich, werden die gehört, die am lautesten schreien. Die, die am meisten zuspitzen, die werden belohnt mit Reichweite. In der Wikipedia hilft das nicht, laut zu brüllen. In der Wikipedia gibt es für jedes Thema genau einen Artikel. Und man muss sich einigen, auch das ist nicht immer schön anzusehen. Alle, die schon mal in einem Editierungskrieg in der Wikipedia involviert waren, wissen, wovon ich spreche. Und natürlich gibt es eben Konflikte, zum Beispiel auch, ob der Wiener Donauturm architektonisch jetzt ein Fernsehturm ist, auch wenn er nie als Fernsehsender getient hat. Aber am Ende gibt es keine Alternative zum Kompromiss, weil es eben nur einen Wikipedia-Artikel zum Donauturm gibt. Ich würde also sagen, Wikipedia ist das beste Beispiel für das enorme Potenzial von offenen, gemeinschaftlich finanzierten, in dem Fall auch ausschließlich über Spenden, komplett werbefrei, Konsens, aber zumindest kompromissorientierten Plattformen, gerade auch in unserer heutigen Zeit. Wikipedia ist dabei aber gleichzeitig mehr als nur ein Beispiel, ein Vorbild vielleicht für öffentlich-rechtliche Medien, was Transparenz und Deliberation betrifft. Aus Perspektive öffentlich-rechtlicher Medien ist die Wikipedia auch, wie bereits erwähnt, eine Drittplattform. Wikipedia ist eine Drittplattform, die global strukturiert und gleichzeitig in über 200 Sprachversionen dezentral verankert ist. Ein Ort für Verbreitung öffentlich-rechtlicher Inhalte in einem Kontext, wo nicht nebenbei das nächste Schwurbler-Video in den Empfehlungen steckt, wo die Audio- und Bewegtinhalte der öffentlich-rechtlichen Medien eine ideale Ergänzung zu den primär textbasierten Inhalten der Wikipedia-Artikel ist. Und das ist etwas, das nicht nur ambitioniert, sondern auch da ist etwas, wo wir bereits einen Anfang gemacht haben. Seit Anfang diesen Jahres, nicht nur ZDF, sondern auch ARD, veröffentlichen sie regelmäßig Videos mit dem Ziel und in einer Form, dass sie in der Wikipedia eingebettet werden. Es gibt zum Beispiel jetzt einen Artikel zur Klimakrise, wo Erderhitzung mit Hilfe eines ZDF-Videos illustriert und erklärt wird. Es gibt einen Artikel, wo das deutsche Wahlsystem mit Hilfe eines Tagesschau-Videos erklärt wird. Das heißt, wir haben hier wirklich, die Wikipedia ist nicht nur ein Vorbild, sie ist auch ein Partner in dem unendlichen Bemühen zu sagen, was ist. Und mit diesem konkreten Beispiel über die Stärke, über das Potenzial, über die Bedeutung von offenem, dezentralen, demokratischen und wirtschaftlich-gemeinschaftlich finanzierten Plattformen möchte ich zum Schluss noch einmal zusammenfassen, warum ich glaube, dass die besten Zeiten öffentlich-rechtlicher Medien noch vor uns liegen. Erstens werden sie sich ihrem demokratischen Auftrag verpflichtet, in Zukunft noch viel mehr von privaten Mitbewerbern unterscheiden und neue digitale Aufgaben übernehmen, indem sie eben zur Plattform werden. Und diese Entwicklung ist meiner Meinung nach, um hier ein böses Wort zu verwenden, alternativlos, wenn man sich nicht weiter damit lächerlich machen will, dass man die Leute zum Diskutieren der eigenen Inhalte zur privaten Konkurrenz schickt. Zweitens, die dafür notwendigen Reformen sind aber nicht nur absehbar, sie sind, wir sind bereits mittendrin. Das ist eben keine Utopie, das ist keine Revolution, sondern eine logische Weiterentwicklung bereits begonnener Digitalisierungspfade. Und drittens, die Konflikte am Weg dorthin, und wir führen sie ja ständig, die Konflikte am Weg dorthin sind meiner Meinung nach keine existenzielle Bedrohung, sondern sie sind es wert, geführt zu werden. Diese Konflikte sind ein meiner Meinung nach auch notwendiger Anlass für Selbstreflexion und Selbstvergewisserung, was die Rolle öffentlich-rechtlicher Medien im Zeitalter digitaler Plattformen und neofaschistischer Bewegungen sein kann, sein soll, ja sein muss. Let's do this. Applaus Applaus Applaus